Guten Abend zusammen wünschen wir allen auf Ungarisch, US-Städt, Kiwanung, Minden, Kineck. Bei uns herrscht heute ein starker Wind, in Ungarn heißt es dann Erdisch, Seel. Hier geht's ab zur Zeit bei uns, also richtig herrlich. Und wir vermuten einmal, dass es heute Nacht oder beziehungsweise später mal noch richtig schön regnet. Weil wir haben heute mal so unsere Bauern hier im Dorf beobachtet, die sind alle rumgefahren und haben hier Heu eingefahren. Und die wissen immer ein wenig mehr als wir. Und vor allem die wissen es immer früher als wir. Heute früh haben wir noch 31 Uhr gehabt um 10 Uhr. Ja, das waren es, ja. Das waren es heute früh, ja. Ja, ne. Jetzt ist es ein wenig ruhiger geworden mit dem Wind. Aber es zieht schon bescheid durch. Ja, ne. Es zieht von allen mehr Seiten. Ach ja, haben wir ja ganz vergessen. Und zwar hat jetzt der Baum, da unser Walnussbaum, das ist dann in Ungarn der Diafond. Schauen wir mal unsere Oleander, ja. Die haben mich schon festgestellt, damit sie nicht umfallen. Genau. Weil die möchten immer gerne umfallen. Ja. Ja, ja. Und das sollen wir nicht glauben. Schauen wir mal, der ist ja wirklich groß und auch schwer. Komischerweise, den hat schon mal umgehauen. Jetzt schauen wir mal. Hören Sie? Ist das bei euch auch so? Ja. Das ist heilig, wie es denn umhaut. Also umhaut. Ja. Umhauen darfst du nicht. Nein, umhauen darfst du nicht. Um Gottes willen. Also umhaut. Natürlich werden uns wieder jetzt ein paar Walnüsse dann da verloren gehen. Aber gut, es macht nichts. Das sind bloß die, die eh nicht überlebt hätten wahrscheinlich. Ja. Wir werden jetzt mal noch ein bisschen verziehen. Ja, genau. Weil jetzt wird schon gescheit winden. Ja, weil jetzt denken wir da rein. Ja, das sehen wir noch auf der Terrasse, aber jetzt reicht es dann. Genau, ja. So, dann bedanke ich mich bei euch. Und sagen wie so ein Bladaschle. Weg Siebnerbott. Tschüss. 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 Vielen Dank.